Sukha-Prasarita-Pada-Urdhva-Hastasana ist die einfache Grätsche mit Armen oben. Von der Stehhaltung ausgehend gibt die Beine etwa 1 Meter bis 1,20 Meter weit auseinander, also relativ weit. Es geht hier ja auch insbesondere um die Grätsche, Füße parallel. Dann hebe beim Einatmen die Arme hoch und gib die Handflächen nach oben. So hast du Urdhva-Hasta, also die Arme oben. Sukha heißt einfach, Prasarita-Pada heißt gegrätschte Beine. Von hier gib jetzt noch den Kopf nach hinten und schaue hoch zur Decke, außer wenn du eine Neigung zu Schwindel hast. Mit dieser Stellung verbindest du dich mit den Füßen mit der Erde. Und die Finger zeigen zum Himmel. Diese Stellung steht dafür, dass du gut verwurzelst, Bein willst in der Erde und dass du nach hohen Idealen strebst und dich öffnest für die Inspiration des Himmels, voller Gebet und Inbrunst. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.